Na alle zusammen, hier ist wieder der Deutsche Lange, ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mammut-Mount, das wir uns hier einmal in dem Gewölbe von Sekera erspielen können. Und dort befinde ich mich schon einmal. Für die Leute, die es nicht wissen, wir sind einmal auf der Verbotenen Insel. Und dort haben wir, wenn wir diese Start-Quest hier in der Zone einmal gespielt haben, das Gewölbe von Sekera freigespielt. Das ist etwa da, wo der Quest-Marke ist. Und hier könnt ihr dann verschiedenste Kammern öffnen. Und zwar braucht ihr dafür diese Schlüssel des Gewölbes von Sekera. Und damit könnt ihr dann hier in der untersten, beziehungsweise in drei weiteren Etagen hier oben, verschiedene Kammern öffnen. Und in diesen Kammern sind dann Gegner drin, beziehungsweise auch ein Haufen Kisten. Soweit, so gut. Die Schlüssel kriegt ihr übrigens von allen normalen Mobs auf der Insel, beziehungsweise relativ gut auch von den Rare Mobs. Wie läuft es jetzt mit dem Mount? Das Mount erstmal hier einmal, Moose Mammut, habe ich jetzt noch nicht gelernt an der Stelle. Es ist nämlich so, dass wir aus allen diesen Kisten Items rauskriegen können. Und diese Items können wir dann immer wieder kombinieren. Und ganz am Ende, wenn wir alles kombiniert haben, kriegen wir dementsprechend das Mount. Ich kann euch die Items jetzt hier auch mal zeigen im Older Things. Es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück insgesamt. Und ja, mit dem ersten Chars habe ich in der ersten Woche, beziehungsweise in den darauffolgenden Wochen mit den Twings, direkt die ersten vier Items immer bekommen. Also das geht relativ schnell. Die letzten zwei hatte ich mit den ganzen Chars nicht gekriegt gehabt. Und hier ist übrigens wichtig, sobald ihr eins von diesen Items habt, beziehungsweise dann zwei, dann könnt ihr es nämlich erst kombinieren, sofort einsetzen. Die nächsten kriegt ihr nämlich erst gedroppt, wenn ihr die Sachen kombiniert habt. Und dementsprechend schaut immer mal wieder in euer Inventar, nachdem ihr eure Kisten geöffnet habt. Ob ihr so Items habt, klickt drauf und kombiniert die. Also wie gesagt, einfach alle Kammern aufmachen, alle Kisten öffnen im Optimalfall und immer schön die Items miteinander kombinieren. Ich bin jetzt hier beim letzten Teil und zwar habe ich hier schlafendes, uraltes Mammut und dann den Smaragddrachenbrosche. Das sind relativ lange Namen hier. Und das machen wir jetzt mal, wir kombinieren die und tada, dann haben wir einmal hier das Mount. So läuft es eigentlich mit allen Items. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Bug war, dass Blizzard da irgendwas verkackt hat, dass die letzten beiden Items nicht droppen konnte und das jetzt gefixt wurde. Oder ob man jetzt einfach quasi vier Wochen warten musste, um dementsprechend sie zu kriegen. Bei Blizzard weiß man das ja nie so genau, aber auf jeden Fall scheint es ja zu funktionieren. Ich habe auch schon von anderen gehört, dass sie jetzt in der Woche dementsprechend die letzten beiden Items gekriegt haben. Gut, Mount haben wir eingetütet. Dann würde ich sagen, gehen wir mal raus und schauen uns das schicke Ding einmal an. Da können wir einmal rausgehen, dann kann ich euch auch nochmal von außen zeigen. Also ihr seht, hier haben wir jetzt dieses komische Gewölbe und da können wir jetzt dementsprechend dann, wenn wir mit dem Kollegen sprechen, einmal in das Gewölbe rein. Gut, dann lernen wir jetzt aber das Mount. Und schauen uns das auch an. Aber wir haben es da gleich schon ausgewählt. So, Moos Mammut. Da seht ihr das. Das ist quasi ein Mammut, das so ein bisschen, naja, der Name sagt es, mit Moos bewachsen ist. Und ich würde sagen, zuvollständigkeitshalber machen wir nochmal das Mount Special. Gut, das kennen wir von den Mammut-Mounts jetzt nichts Besonderes. Mount sieht ganz schick aus. Aber, und ja, sobald das quasi jetzt hier von Blizzard entpackt worden ist, ne, was es jetzt scheint, ist es eine relativ schnelle Angelegenheit. Und ich vermute mal, dass ihr es jetzt auch mit irgendwelchen Chars, irgendwelchen Twings dementsprechend in einem Aufrutsch quasi im Gewölbe holen könnt. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Mount Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Habt mich gefallen, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.